Ingolstadt hat es gut gemacht, eigentlich über weite Phasen vom Spiel, auch direkt an, hat uns zu Fehler gezwungen. Uns hat heute ein Stück weit die Souveränität und auch die Ruhe gefehlt und im Kopf war mir oft zu langsam, gerade mit dem schnellen Spiel in die Spitze zweite Bälle Kutschke zu verteidigen. Obwohl wir uns darauf eingestellt haben, die ganze Woche ist es halt dann doch noch mal was anders, wenn es dann zählt. Deswegen war ich da nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir hatten kaum Entlastung, haben die Bälle wieder schnell verloren. Haben uns da immer wieder beeindrucken lassen, auch von der Aggressivität der Ingolstädter, die das wie gesagt schon in der ersten Halbzeit gut gemacht haben und eigentlich wollten wir das mit ein paar Veränderungen auch in der zweiten Halbzeit anders angehen, besser angehen. Ist uns sporadisch am Anfang gelungen, aber ich glaube Ingolstadt hat sich das dann absolut verdient. Das 1-0, ein bisschen komisch die Entstehung, dass wir diesen Freistoß kriegen gegen uns, 25 Meter vorm Tor und dann geht es zu schnell und zu einfach mit einem schnell ausgeführten Freistoß. Wir können die Box nicht gut verteidigen nach der Reingabe von unserer linken Seite. Ja und dann standen wir erstmal da, auch verdient zurückgelegen und trotzdem ist es im Fußball so, wenn es eben dann nur 1-0 steht, dann geht es schnell manchmal. Diesmal hat die Mannschaft den Impuls von der Bank gebraucht. Robert Leibertz macht es gut, da spielen wir selber schnell und einfach nach vorne. Er dreht sich gut auf auf seinen linken Fuß und Patrick Schmidt macht das das wichtige 1-1. Wer gedacht hat, dass es uns dann gleich richtig Selbstvertrauen gibt, der hat dann gleich gesehen in der nächsten Aktion, dass er eigentlich wieder das 2-1 für Ingolstadt freien kann. Vielleicht muss, Kevin Müller war noch leicht dran, lenkt den Ball vielleicht noch entscheidend an die Latte und ein paar Zeigerumdrehungen oder Sekunden später machen wir das 2-1, nachdem wir einen Fehler in der Hintermannschaft der Ingolstädter, in dem Fall Tim Kleindienst, dann noch ausnutzen. Das ist ein Stürmer, wie man sich das vorstellt. Tim hat es heute schwer gehabt, hat wenig Aktionen gehabt, aber du musst da sein in dieser Situation und er macht dann das Tor und hinten raus muss man es dann weg verteidigen. Da ging es nicht mehr um Schönspielen, das haben wir sowieso nicht heute, aber da ging es darum, das wegzuverteidigen. Ja nochmal alles reinwerfen und die drei Punkte mitzunehmen. Es war schwer, es war schon auch mir klar, dass das Ingolstadt nach der Niederlage in Dresden versuchen wird, hier zu Hause mit dem Wissen, dass sie in der letzten Saison, ich glaube, nur ein Heimspiel verloren haben, zu Hause die drei Punkte zu holen. Wir haben es dann mit Glück und mit Arbeit geschafft, das Spiel zu drehen und wenn ich das vergleiche mit dem letzten Jahr, als wir in St. Pauli ein riesen Spiel gemacht haben, 4-2 verloren haben, dann ist es unterm Strich dann trotzdem so, dass du dann mit einer wenig guten Leistung dann doch lieber die Punkte mitnimmst und deswegen ist es schon ein Unterschied, ob wir dann in zwei Wochen mit einem Punkt oder mit vier Punkten in die Partie gehen und von daher bin ich heute vor allem mit einem zufrieden, mit der Einstellung, dann trotzdem an sich zu glauben von der Mannschaft und mit dem Ergebnis und alles andere können wir verbessern. Ja, FC Ingolstadt, mein Kollegen, alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Glückwunsch an der Stelle, auch wenn es schwer fällt. Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eine deutliche Entwicklung gesehen haben zum Spiel vor einer Woche in Dresden. Die Statistiken geben das auch her, haben deutlich mehr Torschüsse gehabt und viel mehr Strafraumszenen erspielt, auch deutlich weniger zugelassen und sind dann auch verdient in Führung gegangen, sehr mutig nach vorn verteidigt, viele lange Bälle erzwungen oder auch Balleroberungen gehabt. Hier und da, leider ist dann im Umschaltspiel nicht gut ausgespielt, hätten noch ein, zwei Situationen klarer ausspielen können und dann zu Großchancen kommen können. Das ist leider verwehrt geblieben. Ähnlich wie bei unserem 1 zu 0 verteidigen wir auch im Strafraum dann beim Ausgleich nicht gut und ja, die zweite Liga zeigt halt die Qualität der Spieler, die dann wirklich aus wenigen Möglichkeiten eiskalt Tore erzielen oder uns wehtun können und nichtsdestotrotz schauen wir nach vorne. Wir haben eine deutliche Entwicklung gesehen heute, da bin ich auch sehr stolz auf die Mannschaft und ich glaube, dass wir es heute verdient gehabt hätten, mindestens einen Punkt mitzunehmen, wenn nicht sogar mehr. Mir tut es leid, dass die Serie gerissen ist, jetzt vor allem vor den Zuschauern, die da waren, die uns klasse unterstützt haben und das wird auch weiterhin notwendig sein. Wir haben eine junge Mannschaft, die jetzt sich nach der Partie in Dresden schon nochmal gesteigert hat und sich auch in Zukunft steigern wird und das lässt uns alle sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken, dass wir dann auch die notwendigen Zähler sammeln werden.